Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich seit langem wieder mal einen Vlog. Heute habe ich einfach mit zwei Kollegen abgemacht und ja, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ciao! So, wir sind jetzt schon draußen mit denen zwei hier und jetzt geht man richtig mess. Und dort hat es so ein Parkhaus, dort wollen wir dann einfach rauf gehen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier bis dort. Wir sind jetzt! Jetzt gehen wir nachher hier über das Dach mit dort. Gehen auch mal wie hoch das ist. Wir sind jetzt hier rauf gekommen und jetzt gehen wir hier den Weg entlang. So, wir sind jetzt hier am rauf laufen. Hier gehen wir jetzt alles rauf. Ja, dann sehen wir uns hier. Wir sind jetzt schon recht hoch. Schon mal eine nice Aussicht. So, jetzt sind wir dann angehofft. Jetzt gehen wir eins rauf. Eigentlich wollte man weiter rauf gehen. So, wir hören dort ein bisschen so Stimmen. Die hören so Musik und so. Jetzt sind wir wieder unten. Den haben wir gefunden, weil es ein bisschen langweilig war. Es ist einfach so hier rauf, wo man sowieso noch nicht so viel hat. Können sehen. Wir gehen auf den zweiten Parkhaus und das ist richtig klar abstehen. Das ist richtig tief. Man sieht es halt nicht so auf die Kamera. Jawoll. Oh mein Gott. Jungs, wir haben es fucking geschafft. Wir sind jetzt ganz da oben. Darum, wie es jetzt so nice ist, würde ich sagen, mache ich eine kleine Edit. Let's go. Mit der recht geile Stimmung abschütte ich mich bei euch. Ich hoffe, wir sehen uns gleich in dem nächsten Video wieder. Tschüss. mit einem Bis zum nächsten Mal.